Rocker in Norddeutschland. Die Szene wächst wieder. Neue, gewaltbereite Gruppen sind entstanden, die immer selbstbewusster auftreten. Die Neuen fordern die alten Machthaber heraus, die Hells Angels. Kampfansagen auch über die sozialen Netzwerke. Keine Klopfsache, kommt zu mir, bringt die Sachen zurück. Ich verspreche euch, ich alleinige euch drei. Die Folgen, eskalierende Gewalt. Schüsse auf offener Straße. Wie gefährlich sind die neuen Rockergangs? Hamburg, St. Pauli. Im Rotlichtviertel werden Millionen verdient. Hier sollen laut Polizei die Rocker des Hells Angels Motorradclubs die Fäden in der Hand haben. Als Kneipiers, Zuhälter, Türsteher. Ihre Reviere gelten seit langem als abgesteckt. Bis vor kurzem. Denn er hat den Hells Angels den Kampf angesagt. Und fast Erfolg gehabt. Erkan Uzun, Chef der Rockergang Mongols. Uzun sorgt über Monate für so viel Unruhe im Milieu, dass die Polizei schließlich eingreifen muss. Sein Feldzug beginnt im Netz. Und dann ballerst du. Auf der Autobahn. Und dann macht wirklich jeder Platz. Muss Platz machen. Am Anfang lächelt die Szene über den 37-jährigen Zuhälter mit dem Hang zur Selbstdarstellung. Aber dann wird es ernst. März 2015. In diesem Sexclub auf St. Pauli wechselt der Betreiber. Und er will den Zuhälter Erkan Uzun loswerden. Sogar ein Kiezverbot soll über ihn verhängt worden sein. Uzun will das nicht hinnehmen. Er macht die Hells Angels für seinen Ausschluss verantwortlich. Der Zuhälter provoziert die Kiezkönige, indem er sich ihren Feinden anschließt, dem Mongols Motorradclub. Uzun gründet die Hamburger Filiale der Mongols, wird ihr Präsident und plötzlich machen sich die Mongols in der Stadt bemerkbar. Diese Mongols sind ziemlich neu gewesen. So richtig konnte die keiner einschätzen. Die haben sich am Anfang rekrutiert eigentlich aus Kriminellen, also aus Kleinkriminellen, Intensivtäter und Ähnlichem. Und bewusst geworden ist es eigentlich dadurch, dass die Mongols das Internet sehr genutzt haben. Das ist auch ein ganz neues Phänomen gewesen, wurde von anderen Rockergruppen bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so intensiv genutzt. Und deshalb sind die ja zum Teil auch als Internet-Rocker verschrien, weil diese Präsenz im Internet einschließlich Provokationen natürlich auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Herausforderung durch die Internet-Rocker hat Folgen. 28. Oktober 2015. Ein Sprengsatz landet unter Erkan Uzuns Lamborghini. Erkan Uzun, Spitzname Erkan X, ist gerade losgefahren, da fliegt die Granate in die Luft. Der Wagen ist nur leicht beschädigt. Uzun selbst bleibt unverletzt. In der Hauswand entdecken die Polizisten später auch noch Einschusslöcher. Erkan Uzun ruft seine Clubbrüder zu Hilfe. Und die präsentieren sich stolz in nagelneuen Mongols-Kunden vor der Kamera. Die Botschaft, wir lassen uns nicht einschüchtern. Auch nicht durch Granaten. Alle drauf? Jo. Kann man was sagen? Immer noch wird ermittelt. Wer sind die Täter? Waren es Hells Angels? Waren es gewöhnliche Kriminelle, die noch eine Rechnung mit Erkan Uzun offen hatten? Oder Leute aus den eigenen Reihen? Vielleicht sogar Uzun selbst, um die eigene Bedeutung zu steigern? Ein Anschlag in der Öffentlichkeit. Jederzeit hätte auch ein Anwohner aus dem Haus kommen und durch herumfliegende Metallsplitter verletzt werden können. Noch in der Tatnacht reagiert der Mongols-Präsident im Internet. Großspurig setzt er eine Belohnung von 500.000 Euro aus. Für, so wörtlich, den Namen der Person, der die Bombe angebracht hat. Und tönt weiter, eine Bombe reicht nicht, mindestens vier an jeder Felge. Er hat sich Brandzeichen ins Gesicht tätowieren lassen. M-F-F-M auf beiden Wangen. Mongols forever, forever Mongols. In Hamburg gilt seit Jahren ein Kuttenverbot für die Hells Angels und die halten sich auch daran. Nun stolzieren die Mongols in ihren Kutten umher. Inszenieren sich als Motorrad-Club, obwohl sie gar keine Motorräder haben. Schaulaufen auf der Reeperbahn, direkt vor den Lokalen der Hells Angels. So etwas gab es noch nie. Mit dabei befreundete Bandidos-Rocker. Die Bandidos gehören ebenfalls zu den Gegnern der Hells Angels. Diese Clubs haben eine Gemeinsamkeit. Die Polizeiabteilungen für organisierte Kriminalität ermitteln gegen sie. Erkan Usun selbst ist nicht dabei. Aber seinen Lamborghini schickt er als Gruß. Dass Mongols in Kutten direkt auf St. Pauli auf erschienen sind, sich dort gezeigt haben in ihren Kutten, das ist natürlich wie eine kleine Kriegserklärung gewesen. Die Kutte aus Leder sagt viel über den Träger. Auf dem Rücken die Symbole des Clubs und die Herkunft der sogenannten Chapter, wie sie ihre Ortsgruppen nennen. Hier zum Beispiel Lübeck. Eine Kutte kostet knapp 1000 Euro. Auf der Vorderseite die Funktion in der Hierarchie. Den Aufnäher, expect no mercy, keine Gnade, trägt nur derjenige, der in einer schweren Gewalttat beteiligt war. Mit der 1%-Raute bezeichnen sie sich selbst als Outlaws, als Gesetzlose. Die Kutte ist für ihren Träger fast ein Heiligtum. November 2015. Nach der Machtdemonstration der Mongols. Erkan Usun wird in seiner Wohnung überfallen. Seine Kutte wird geraubt. Die Täter stammen aus dem Umfeld der Hells Angels, ermittelt die Polizei. Der Raub einer Kutte, einer Präsidentenkutte, das ist die Höchststrafe, die ja eigentlich ein Präsident erhalten kann. Hier hat man das nochmal getoppt, indem man dann die auch noch präsentiert hat auf dem Kiez. Und das auf YouTube eingestellt hat, also in sozialen Medien eingestellt. Damit es dann auch jeder sehen kann. Ein transsexueller Mann in der geraubten Kutte von Erkan Usun, mitten auf der Reeperbahn. Usun soll öffentlich gedemütigt werden. Ich liebe Schwänze. Ich liebe Schwänze. Die Hersteller des Videos meinen, ihren Rivalen nun mundtot gemacht zu haben. Aber Usun provoziert weiter, in der Kutte seines Stellvertreters. Ihr habt meine Kutte. Meine Kutte ist nicht ich, Alter. Meine Kutte bin ich, okay? Ich bin mein Stolz. Und ich brauch keine Kutte, um Mann zu sein. Das war ich vorher, das bin ich jetzt. Und ihr Notenkinder, hört mir genau zu, Alter. Ihr macht keine Fremdenverantwortlich. Soll ich einen kleinen, verfickten, kleinen Junkiefotze von Trant auf die Fresse hauen, weil ihr ihr Schwanzkutz, Alter, und ihr die Kutte gebt, und ihr Sicherheit zusagt, die ihr nicht halten könnt? Ihr Notenkinder. Ihr seid Fotz, warum bleibt das immer in eurem Leben? Erkan Usun hat den neuen Rockerkrieg in Hamburg vom Zorn gebrochen. Anfang Dezember 2015 reicht es der Polizei. Eine Hamburger Spezialeinheit stürmt seine Wohnung. Zum dritten Mal innerhalb nur eines Jahres. Wie bei den beiden Durchsuchungen zuvor, entdecken die Ermittler Waffen und Rauschgift. Usun ist nur auf Bewährung frei. Doch dieses Mal reicht es dem Gericht für einen Haftbefehl. Er landet in Untersuchungshaft. Er ist ein Bewährungsversager, so nennen es Juristen. Der Rocker-Chef sitzt im Knast. Die nun führungslosen Mongols treffen sich zur Krisensitzung. Wollen sie weitermachen, müssen sie einen neuen Präsidenten küren. Sie versammeln sich in Kutten, in einer Traditionsgastronomie am Hamburger Jungfernstieg. Kevin Schröder wird neuer Chef-Mongol. Der Hamburger ist schon seit seiner Jugend Polizei bekannt und hat einen Hang zum Größenwahn. Auf seiner öffentlichen Facebook-Seite spuckt er große Töne und bezeichnet sich sogar als Europapräsident der Mongols. Damit haben die Hells Angels wohl nicht gerechnet. Die Mongols machen weiter. Für den 27-jährigen Neupräsidenten Kevin Schröder wird es am 28. Dezember 2015 brandgefährlich. Ebenso für seinen ein Jahr älteren Mongol Alexander M. Sowie den Gleichaltrigen Hidi K. Ausgerechnet gegenüber einem Großbordell, in dem die Hells Angels agieren sollen, treffen sich die Mongols in einem Restaurant. Plötzlich tauchen Hells Angels vor dem Lokal auf. Das macht den Mongols Angst. Drei der Mongols rennen über die Reeperbahn auf ein Taxi zu. Es fallen Schüsse. Das bekommt auch der Bruder des Taxifahrers mit. Er hat mir erzählt, dass er dort an der Ampel stand und dass die drei Jungs, angeblich Bullige, ihn angelaufen haben. Und er hat wohl gedacht, das sind Fahrgäste. Und dann zieht er auf einmal die Kanone aus der Tasche, hält ihm das Ding an den Kopf und verlangt, dass er losfahren soll. Daraufhin hat er den Schlüssel rausgezogen und hat sich aus dem Auto herausgeschmissen sozusagen. Die Verfolger erreichen das stehende Taxi und geben mindestens sieben Schüsse ab. Die rechte Seite ist durchlöchert. Alexander M. und Hidi K. sind leicht verletzt. Präsident Kevin Schröder bleibt unversehrt. Offenbar war ein geübter Schütze am Werk. Noch während die Mordkommission die Spuren sichert, verfolgen Polizisten Tatverdächtige. Einen Kilometer weiter entdecken sie die Tatwaffe in einer Hecke. Den Schützen aber finden sie nicht. Fakt ist aber, dass wir im Rahmen der Sofortfahndung an dem Abend noch fast das komplette Chapter von dem Hells Angels Chapter Southport dort angetroffen haben. Also es spricht vieles dafür, dass das dann auch tatsächlich aus diesem Bereich kommt, diese Tat. Aber im Moment der Nachweis, den haben wir noch zu führen. Es gibt Zeugen, ja, aber es ist natürlich auch schwierig in der Situation, weil Dunkelheit, Schnelligkeit, die Betroffenen, da ist das Aussageverhalten, also auf Seiten der Mongols vielleicht auch nicht so, wie man das von normalen Zeugen gewohnt ist. Aber das ist natürlich auch Teil, gerade aus diesem Milieu, dass die Kooperation mit der Polizei nicht so ausgeprägt ist. Hidi K., Hamburger Mongol, der ersten Stunde. Er hat die Schüsse auf das Taxi knapp überlebt. Ein paar Tage später wird er in eine Falle gelockt. Am Telefon werden ihm Sex und Drogen versprochen. Er fährt zum vermeintlichen Liebesnest, einer Gartenlaube. Da warten schon die Täter, schlitzen ihm Gesicht und Beine auf. Den Bewusstlosen kippen sie ein paar Kilometer weiter aus dem Auto auf die Straße. Tatverdächtig, vier Männer und zwei Prostituierte aus dem Umfeld der Hells Angels. Hinterhalte und Schüsse auf offener Straße. Jetzt reagiert die Hamburger Polizei und gründet die Soko-Rocker. Es folgen Razzien bei den Hells Angels und den Mongols. Kneipen, Bordelle, Wohnungen. In enger Taktung steht die Polizei den Rockern auf den Füßen, über Wochen. Bei den Hells Angels hat die Polizei besonders viel zu tun, denn die betreiben gleich zwei Niederlassungen in Hamburg. Aber reden will keiner. Auch Darius F. nicht. Ehemaliger Bundeswehrsoldat, ein Hells Angel aus der Führungsriege. Er wird festgenommen. Nach wenigen Tagen ist er wieder frei. Im Zuge der Razzien stoßen die Fahnder bei den Hells Angels auf brisante Firmenunterlagen. Da geht es ja auch um Geldflüsse, wie die gelaufen sind. Geht es darum, welche Geschäftsmodelle man da hat. Also sind wir letztlich auch dazu gekommen, dass, vielleicht auch völlig untypisch, was man von Rockern nicht erwarten würde, aber tatsächlich dann auch eine Kfz-Werkstatt betrieben worden ist, wo jetzt nachweisbar rund 50 gestohlene Fahrzeuge ausgeschlachtet worden sind und die Teile wieder verkauft worden sind. Also nicht das klassische Rotlichtmilieu, was man sich immer mit Rockern vorstellt, sondern durchaus andere Geschäftswälder, die dort auch betrieben worden sind. Februar 2016. Wir sind dabei, als die Polizei die Kfz-Werkstatt der Hells Angels in Hamburg-Hamm durchsucht. Sie befindet sich nahe dem Straßenstrich, der ebenfalls von den Hells Angels kontrolliert wird. Erst die Razzien der Soko-Rocker und die Auswertung von Buchhaltungsunterlagen bringen die Ermittler hierher. Zu hochwertigen geklauten Autos und teuren Ersatzteilen. Der Handel mit den gestohlenen Teilen läuft online und das seit Jahren. Geschätzter Schaden rund zwei Millionen Euro. Ein weiteres kriminelles Unternehmen der Hells Angels GmbH. Das Selbstbewusstsein der Hamburger Hells Angels ist dennoch ungebrochen und vor Gericht feiern sie einen Prestigerfolg. Sie dürfen nun neue Kutten mit neuen Hells Angels-Symbolen tragen. Damit ist das generelle Kuttenverbot von 1983 in der Hansestadt gekippt. Wir haben das Problem, dass wir im letzten Jahr eine Entscheidung hatten des Bundesgerichtshofes, was genau dieses Verbot sehr, sehr eingeschränkt hat. Und das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, leider, sage ich aus meiner Sicht, dass wir wieder vermehrt Kutten sehen in der Stadt. Was für ein Machtinstrument Kutten für die Hells Angels sind, zeigt sich in Niedersachsen. Zum Rocker Corso während des Steintorfestes 2011 in Hannover sind Hells Angels aus ganz Europa angereist. Sie feiern sich ein Wochenende lang. Und fast wirkt es auch wie eine Huldigung gegenüber dem Organisator Frank Hanebutt. Dem mächtigen Hannoveraner Hells Angels-Präsidenten und Rotlichtmanager. Hanebutt hat über Jahre hinweg einen mehr als 50 Mann starken Hells Angels-Ortsverein in der niedersächsischen Hauptstadt geschaffen. Mit dieser Filiale übernimmt er das Steintor, das Rotlichtviertel mit Bordellen, Bars und Diskotheken. Hanebutts Einfluss reicht bis nach Schleswig-Holstein. Dort tobt seit 2009 ein blutiger Rockerkrieg zwischen Hells Angels und Bandidos. Die Behörden verbieten daraufhin drei Ortsgruppen der Rocker. Es wird auch eng für Hanebutt. Er gerät ins Visier von Ermittlungen. In einem Interview sagt er damals. Im Moment ist es natürlich extrem viel durch die ganzen Belastungen, die wir haben. Dann kommt ja auch dazu, dass man seinen Job vernünftig ausführen muss. Da ist auch noch viel Action. Im Moment ist es ein bisschen komprimiert. Aber wie gesagt, die Zeiten kommen nun mal. Es gibt auch wieder Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger wird. Aber da muss man auch durch. Ruhiger? Da irrt sich Frank Hanebutt. Ein Zeuge beschuldigt ihn, an einem Mordauftrag beteiligt gewesen zu sein. Mai 2012. Ein Spezialeinsatzkommando rammt Türen von Hanebutts Anwesen auf. Er schießt seinen Hund. Sein damals elfjähriger Sohn erlebt den Einsatz hautnah. Das Ergebnis der Ermittlungen, der Vorwurf eines Mordauftrages, ist nicht beweisbar. Der Staat muss Hanebutt sogar entschädigen. Im Juni 2012 hat der Rocker dennoch die Nase voll. Er löst die Hells Angels Hannover auf. Damit vermeidet er, dass sein Verein verboten und das Vereinsvermögen beschlagnahmt wird. Ein Trick, der in der Rocker-Szene oft kopiert wird. Unterdessen sondiert Hanebutt eine Alternative. Auf Mallorca sucht er zwischen Strand und Ballermann neue Geschäftsfelder und knüpft Kontakte. Spanische Behörden ermitteln bereits im Hintergrund gegen ihn und andere Verdächtige, darunter vier Hells Angels. Unter anderem wegen Verdachtes des Menschenhandels und der Förderung von Prostitutionen. Hanebutt wohnt als Gast in einer Finca auf dem Grundstück eines Freundes. Es sind Ferien. Sein Sohn ist auch gerade da. Dann läuft die Operation Casablanca an, im Juli 2013. Spanische Ermittler, Spezialkräfte und Staatsanwälte stürmen die Villa. Sie suchen Beweise für ihre bisherigen Ermittlungen und für ihre Anklage. Sie krempeln Haus und Garten um. Alle Verdächtigen werden festgenommen, auch Hanebutt. Er landet in Untersuchungshaft, erst auf Mallorca, dann auf dem Festland. Gefangenentourismus, die Behörden wollen so verhindern, dass er im Knast Strukturen aufbauen kann. Bei seiner Festnahme ist er noch optimistisch. Herr Hanebutt, Einsatz! Alles Besten! Hanebutt bleibt lange in Untersuchungshaft, begeht im Gefängnis seinen 50. Geburtstag. Bei Health Angels Media, der Propaganda-Plattform der deutschen Health Angels im Internet, meldet sich Hanebutts Ex-Schatzmeister Wolfgang Heer zu Wort. Spanien. Seit 24 Monaten wird dort der Health Angel Frank Hanebutt dort in Untersuchungshaft gefangen gehalten. Unter Haftbedingungen, die sonst nur bei Terrorverdacht verhängt werden. Der Untersuchungsbericht des zuständigen Richters gibt beweismäßig so wenig her, dass die Staatsanwaltschaft Nachbesserung verlangt hat. Aus diesem Grund liegt bisher auch keine Anklageschrift vor. Im Juli 2015 kommt Hanebutt frei. Unter Auflagen. Er darf Spanien nicht verlassen. Bis Frühjahr 2017 muss klar sein, ob er angeklagt wird oder nicht. Hanebutt entdeckt die sozialen Medien, kommuniziert via Facebook mit seiner Fangemeinde. Bedankt sich für den Zuspruch in der Haftzeit. Ein Fernsehinterview will er nicht geben, antwortet auf unsere Anfrage. Da ich mich im Moment in einer besonderen Situation befinde, werde ich mich zu irgendwelchen Entwicklungen der Motorradszene nicht äußern. Grüße aus Mallorca, Frank Hanebutt. Mitglieder seines ehemaligen Clubs schicken ihm ein Foto. Er nutzt es sofort für seine Seite. Alle Mitglieder in Kutten vor dem Hannoveraner Rathaus. Ein klares Signal. Wir sind noch da. Und tatsächlich. Im Juni 2016 gründen sich die Health Angels in Hannover neu. Drei Jahre nach der Selbstauflösung. Dieses Mal heißen sie Northgate Hannover und fahren in ihren neuen Kutten durchs Steintorviertel. Möglicherweise ein Statement. Kommt Hanebutt zurück nach Hannover, ist der Boden für ihn bereitet. Aber noch sitzt der Rockerboss auf Mallorca fest. Die Insel wird zur Pilgerstätte. Health Angels aus ganz Deutschland machen ihre Auffahrtung. September 2016. Die spanische Justiz gewährt Hanebutt eine Woche Heimaturlaub. In Hannover bejubeln ihn seine Rocker wie einen Popstar. Über das Internet hält Hanebutt Kontakt zu befreundeten Health Angels. Etwa zum Präsidenten in Reutlingen, Ingo Dora. Hanebutt war Doras Trauzeuge. 2012 in Baden-Württemberg. Ingo Dora feiert öffentlichkeitswirksam seine opulente Hochzeit. Reutlinger Fans jubeln dem örtlichen Health Angels Präsidenten zu. Reutlingen! 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 Health Angels aus aller Welt sind zu Gast. Der Brautführer wird sogar aus dem Mutterland der Health Angels aus den USA eingeflogen. Doch das junge Eheglück ist nur von kurzer Dauer. Wenig später wird Dora festgenommen. Der Gastwirt dieser Reutlinger Kneipe hat ihn angezeigt. Was war passiert? Ara Haug, ein Musiker und der Gastwirt geraten aneinander. Bei der Prügelei wird Haug schwer verletzt. Er schaltet seinen Freund, den Health Angels Boss Ingo Dora ein, anstatt zur Polizei zu gehen. Dora stürmt mit seinen Rockern die Kneipe, bedroht den Gastwirt. Doch der geht zur Polizei. Eine Anzeige gegen Health Angels ist eine absolute Seltenheit. Oberstaatsanwalt Henn ermittelt die Vorwürfe gegen Dora. Er hatte einen Hammer in der Hand und forderte von ihm 10.000 Euro in Bar. Er forderte weiter von ihm, dass er seine Gaststätte für Merchandising der Angels zur Verfügung stellt und wollte schließlich noch, dass er ein Fest zugunsten des Musikers ausrichtete. All dies unter der Drohung, die Herr Dora selber aussprach und auch damit drohte, dass er zuschlagen werde mit dem mitgeführten Hammer. Und dazu hinaus ist der Dora auch in der Lage durch seine Person und Persönlichkeit. Nach seiner Aussage muss der Gastwirt um sein Leben fürchten, landet im Zeugenschutzprogramm. Er sagt vor Gericht gegen Dora und dessen Health Angels aus. Das Urteil im Februar 2014. Ingo Dora muss für vier Jahre ins Gefängnis. Wie üblich bei den Health Angels wird der Rechtsstaat attackiert. Die Reutlinger Rocker protestieren gegen das Urteil. Auf dem Marktplatz mitten in der Altstadt. Sie filmen ihre Kundgebung für das Internet. Der von ihnen beauftragte Anwalt bezichtigt, Gericht und Staatsanwalt im Fall Dora manipuliert und getrickst zu haben. Das, was hier passiert ist, geht überhaupt nicht. Wir haben hier jemanden unschuldig im Gefängnis sitzen. Und unser lieber Staat und ein Staatsanwalt hier, der seine persönliche Aachenfeldzug hält und das Gesetz missbraucht. Ich lasse mir von wem auch immer nicht vorwerfen, ich hätte irgendwie getrickst. Der Fall Dora hat Öffentlichkeitswirksamkeit, das ist klar. Aber das hindert keinen Staatsanwalt und mich erst recht nicht daran, seine Arbeit ordentlich zu machen. Ingo Dora feiert seinen 50. Geburtstag im Gefängnis. Seine Frau Ulrike Dora politisiert derweil im Internet. Dort agiert sie nicht als Ulrike, sondern als Angel Dora. Angel, so nennen sich üblicherweise nur die Mitglieder des Hells Angels Motorradclubs. Angel Dora hetzt gegen Flüchtlinge auf ihrer öffentlichen Facebook-Seite. Angel Dora postet rechte Parolen wie, wenn man hier im Lande so schnell Kindergärten wie man gerade Asylbewerberunterkünfte bauen kann, das wäre doch auch mal toll, oder? Serviert ihren 234 Abonnenten seriös wirkende Artikel, die sie auf Nazi-Plattformen findet. Und unterstützt die Pegida-Bewegung aus Baden-Württemberg. Auf unsere Interviewanfrage reagiert sie nicht. Verwaist und geschlossen, das Hells Angels Clubhouse in Reutlingen. Seit neuestem sitzt auch Doras Stellvertreter, sein Vizepräsident, in Untersuchungshaft. Der Verdacht, er soll mit Drogen gehandelt haben. Die Rocker in Reutlingen sind ohne Führungsebene. Nur das Bordell von Dora macht weiterhin gute Geschäfte. Hier scheint es mit dem Stellvertreter zu funktionieren. Um die Hells Angels Reutlingen hingegen ist es leiser geworden. In der letzten Zeit ist es, was die Hells Angels Reutlingen angeht, auf der Straße ruhiger geworden. Sie treten weniger auf. Und es gibt auch, wenigstens soweit es mir bekannt ist, keine erheblichen Vorfälle mehr, die im Zusammenhang mit den Angels stehen. Die Angels also auf Tauchstation in Reutlingen. Ruhe herrschte bis vor kurzem auch im hohen Norden, in Schleswig-Holstein. Hier hatte der Rockerkrieg zwischen Hells Angels und Bandidos 2009 begonnen. Und war ins ganze Bundesgebiet geschwappt. Zwei Jahre mit schweren Gewalttaten, mit vielen Verletzten und auch Toten. Mitglieder von Hells Angels und Bandidos wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Einzelne Ortsvereine der Bandidos und der Hells Angels haben die Behörden aufgelöst, unverboten. Also wir haben ja seit 2010 in Schleswig-Holstein drei Gruppierungen verboten. Und haben durchgehend eigentlich bei diesen Gruppierungen auch festgestellt, dass das Tragen der entsprechenden Insignien unterlassen wurde. Das heißt, mit Aussprechen des Vereinsverbotes ist es ja verboten, in der Öffentlichkeit diese Vereinsinsignien weiterhin zur Schau zu stellen. Daran haben sich diese Gruppen gehalten. Die Rocker hielten kurz inne, wichen dann aus und nutzten eine alte Masche. Einfach neue Filialen mit neuen Namen eröffnen. Wie etwa die Bandidos Patborg mit dem Standort Neumünster. Februar 2016. In Kiel, der ehemaligen Hells Angels Hochburg, gründen ihre Feinde, die Bandidos, einen neuen Motorradclub. Stolz präsentieren sie ihre Kutten. Ihre Botschaft, mit uns ist zu rechnen. Danach bleibt es nicht lange friedlich. Im Mai 2016 bricht die Gewalt nach fünf Jahren Ruhe wieder offen aus. In Dägeling bei Itzehoe greifen vier Männer einen Hells Angel an, schlagen ihn auf offener Straße zusammen. Die Polizisten entdecken bei der Durchsuchung des Wagens einen Schlagstock und eine Schusswaffe. Für das Landeskriminalamt kam die Tat unerwartet. Es ist aber so, dass diese Entwicklung im Gesamtbild, das kann man sagen, überraschend kam. Denn wir hatten im Vorwege eine lange Zeit eigentlich, in der wir solche gewaltvollen Machtdemonstrationen, Gewalteskalationen nicht feststellen konnten. Noch in der gleichen Nacht sind drei von vier Tatbeteiligten festgenommen worden. Diese Person wiederum ordnen wir den Bandidos zu dem Bandidos-MC. Doch so plötzlich wie sie gekommen sind, verschwinden sie auch wieder. Ein kurioser Abgang. Per Fax informieren sie die Polizei über ihre Auflösung. Man kann jetzt mutmaßen, ob diese Selbstauflösung direkt eine Folge dieser Gewalt hat, dort gewesen ist. Die zeitliche Nähe ist tatsächlich auffällig, sodass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass irgendein gearteter Zusammenhang bestehen muss. Sommerfest 2016 beim Holsten-MC in der Nähe von Kiel. Der Club soll den Bandidos nahestehen. Zwei Kurven vor der Einfahrt hat sich die Polizei postiert. Denn Schleswig-Holstein setzt wieder auf die Null-Toleranz-Strategie gegen Rocker. Ortspolizisten führen also eine Verkehrskontrolle durch. Alle Biker werden auf der Anfahrt unter die Lupe genommen, die Maschinen auf links gezogen. Ist der Spiegel zu klein? Die Auspuffanlage genehmigt und in den Papieren eingetragen? Die Stimmung ist beinahe heiter. Die ersten Leute sind nur... Das ändert sich schlagartig. 13 Mitglieder des North Clan MC tauchen in der Kontrollstelle auf. Der North Clan MC. Seine Mitglieder sollen mal mit den Hells Angels, mal mit den Bandidos sympathisieren. Schnell wechselnde Loyalitäten sind typisch für die neuen Rocker. Sie wollen nicht gedreht werden, obwohl sie fast komplett vermummt sind. Wirklich erstaunlich. Ausgerechnet Rocker wenden sich nun hilfesuchend an die Polizisten. Bitten um Beistand bei der Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte. Und die Polizisten? Sie weisen uns an, unsere Kamera auszustellen. Dann macht die Polizei weiter mit der Kontrolle der Vermummten. Wir fragen die zuständige Polizeidirektion Neumünster, wie sinnhaft es ist, Lichtbildausweise von Vermummten zu kontrollieren. Und die versichert, das polizeiliche Ziel wurde nicht aus dem Auge verloren. Das kann man nur hoffen, denn die Szene ist in Bewegung. Wir stellen aber auch fest, dass in der Tat diese Support-Tätigkeit wechseln kann. Dass Gruppen, die vormals eher dem Hells Angels MC zugeneigt waren, unter Umständen sich umorientieren, tatsächlich diese Unbeständigkeit in der Szene, die gab es sicherlich vor 20 Jahren nicht. Das kann man sagen. Tätowieren lassen würde ich mich heute nicht mehr als Rocker. Norderstedt bei Hamburg. Trotz Konkurrenz durch neue Rocker behaupten sich die Hells Angels wie eh und je. Die Angels Rockbar und der Hells Angels MC North End. In der Rockbar wird fröhlich gefeiert und Umsatz gemacht. Das Internet nutzen die Angels für ihre Geschäfte. Möglichst viele Kunden will der Club erreichen, versucht die Marke zum Kult zu erheben. Support 81. Die Zahlen stehen für den achten und den ersten Buchstaben im Alphabet. HA, Hells Angels eben. Aber der Präsident soll nicht nur mit legalen Geschäften Umsatz machen, sondern auch Handel mit Drogen treiben. Deswegen verhaftet die Polizei den 51-jährigen Präsidenten des MC North End im Februar 2016. Der Vorwurf, er hat einem Hells Angel aus Österreich Kokain beschafft. 2,5 Kilo. Tatsächlich gab es ein gemeinsam mit der Polizei in Hamburg geführtes Ermittlungsverfahren gegen Angehörige der Hells Angels MC. Generell können Sie aber an diesem Beispielsachverhalt gut ableiten, dass kriminelles Handeln von Rockergruppierungen vernetzt ist, dass es sich nicht ganz regional immer bezieht, sondern insbesondere, wenn wir in Deliktsbereiche wie den Rauschgifthandel gehen, dass es Bezüge immer gibt in andere Bundesländer, aber auch darüber hinaus ins europäische Ausland. Der Hells Angels Präsident wartet auf sein Verfahren. Sein 68-jähriger Kunde ist schon zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Prozesse auch in Hamburg. Der ehemalige Mongols Präsident Erkan Usun steht vor Gericht und klagt dort sein Leid. 34 Kilo habe er in der Haft zugenommen, habe Tattoos im Gesicht, mit denen er sich nicht mehr blicken lassen könne und sei Opfer unglücklicher Umstände. Dabei sei er doch ein Familienmensch, Vater von mehreren Töchtern. Das Gesamturteil wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Jahre. Usun ficht das Urteil an und der Richter entlässt ihn aus der Haft, mit Auflagen. Gegen die verstößt der Rockerboss umgehend und taucht unter. Er wird in Nürnberg gefasst und nun sitzt er doch wieder in Haft. Die Hamburger Polizei hofft, dass die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Mongols und Hells Angels zu Ende sind. Die Soko Rocker wird im Frühjahr 2016 personell zurückgefahren. Zu früh? Im Juni 2016 wird er zur Zielscheibe. Ara Shroja, Erkan Usuns ehemaliger Stellvertreter, Vizepräsident der Mongols in Hamburg. Erst vor wenigen Wochen kam er aus der Haft frei. Er wohnt bei seinem Vater, das weiß offenbar auch der Schütze. Die Freundin von Ara Shroja steht in der offenen Terrassentür. Plötzlich peitschen Schüsse durch die Nacht. Die junge Frau wird aus kurzer Distanz mehrfach in Bauch und Oberkörper getroffen. Sie schwebt in Lebensgefahr. Der Täter schießt auch auf Ara Shroja und trifft ihn in Rücken und Hand. Die Polizei rückt an. Mordermittler und Spurensicherer untersuchen den Tatort. 20 Streifenwagen fahnden in der Umgebung nach dem maskierten Schützen. Vorerst vergeblich. Am Morgen im Haus die Spuren der Tat lassen erahnen, was sich hier vor ein paar Stunden abgespielt hat. Angesichts dieses Gewaltausbruchs will der Vater des Opfers sich künftig selber verteidigen. Wenn die Polizei mich nicht schützen kann, ich schütze mich selbst. Ich habe das Recht für mich selbst. Ab wie Recht. Und das werde ich gebrauchen. Und schütze ich mich selbst und meine Familie. Für ihn ist schon klar, wer die Täter sind. Die machen Angst. Die machen Angst, dass die anderen Leute so Angst bekommen von Hell Angels. Hell Angels ist eine Macht. Und die Stadt guckt nur zu und erlaubt das. Ein schwerer Vorwurf. Sieht die Polizei Hamburg wirklich nur zu und überlässt den Hells Angels das Regeln der Rocker-Konflikte? Fakt ist, die Gewaltspirale dreht sich wieder und die Soko-Rocker ist personell nicht wieder aufgerüstet worden. Trotzdem alles im Griff, versichert die Polizei. Also vom Grundsatz her ist es der Polizei, egal aus welchen Bereichen die Täter kommen, da machen wir überhaupt keine Unterschiede und da wird auch akribisch gearbeitet. Natürlich auch in diesem Fall. Es ist deshalb schwierig, in den Ermittlungen voranzukommen, weil wir wenig Zeugen haben, die dort uns kooperativ zur Seite stehen. Das heißt also, wir müssen über die Kriminartechnik gehen, wir müssen dort die Sachbeweise zusammensammeln. Das dauert, das dauert etwas länger, aber die Soko-Rocker ist da dran und wir sind auch zuversichtlich, dass wir diesen Sachverhalt aufklären können. Der Täter ist noch nicht gefunden. Die Polizei muss das Opfer Arashruja im August 2016 festnehmen. Er soll eine Frau mit seiner Pistole bedroht haben. Fazit. Die Mongols haben versucht, an der Macht der Hells Angels in Hamburg zu kratzen und sind gescheitert. Sie befinden sich in Auflösung. Mittlerweile ist auch der letzte Präsident, Kevin Schröder, in Haft. Einige der ehemaligen Mongols suchen sich jetzt einen neuen Club, die Osmanen Germania. Marzialisch, so präsentieren sich die Osmanen Germania im Internet. Sie ziehen vor allem türkischstämmige Männer an. Eine ethnisch ausgerichtete Gang, ein neuer Trend in der Rocker-Szene. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ihr Wahlspruch, Kana Kahn, Blut für Blut. Erst im Mai 2015 gegründet, haben sie bundesweit schon 40 Ortsvereine eröffnet. Viele Mitglieder kommen aus der Türsteher-Szene. Gründer und Präsident der Osmanen Germania Norddeutschland ist Muslim Chawas. Er nennt sich The Shark, der Hai. Der Immobiliengutachter aus Hamburg teilt sich über öffentliche Seiten im Internet mit. Ein Präsident ohne Kutte. Ein Boxclub wollen die Osmanen Germania sein. Und keine Rocker, versucht der Präsident zu beschwichtigen. Dennoch, sie haben dieselben Strukturen und die Kutten sind denen der Rocker zum Verwechseln ähnlich. Interviews gibt der Norddeutschland-Präsident nicht. Zu verabredeten Treffen erscheint er auch nicht. Stattdessen verkündet Muslim Chawas Stolz, die Familie wachse täglich. Eine schöne Familie. Zwei Drittel sind polizeibekannt. Das ist das, was auch viele junge Leute, die natürlich kriminell sind, viele Kriminelle darunter, auch suchen. Gemeinschaft, aber auch klare Linien bekommen. Was soll ich tun? Wie soll ich es tun? Stell dich an die Tür, mach Sport und trainiere für deinen Körper. Wir sind eine Gemeinschaft. Das ist genau das, was sie suchen. Und das ist das, weswegen diese angeblichen Rockerclubs auch so einen Zulauf haben. Aber eigentlich sind es gar keine Rockerclubs, weil die eigentlichen Rockerregeln beachten die nicht in der Form, dass man sagt, man muss sich lange bewähren, um dort aufzusteigen. Das machen sie alles nicht. Aber sie nutzen also diese Struktur aus. Und deshalb haben die diesen erheblichen Zulauf. Mai 2016. Auftritt einer Gruppe Osmanen-Germania, Hamburg. Eines ihrer Mitglieder ist auf der Flucht vor der Polizei mit dem Motorrad verunglückt und schwer verletzt. Der 27-Jährige hat keinen Motorradführerschein. Sehr schnell tauchen immer mehr Osmanen-Germania auf. Sie bedrängen Rettungskräfte und Polizisten. Nur mit Verstärkung bekommt die Polizei die Situation in den Griff. Wir beobachten diese Gruppierung, die ja kein klassischer MC ist, sondern tatsächlich nur, in Anführungszeichen, eine Rocker-ähnliche Gruppierung. Beobachten wir deshalb sehr genau, weil es eine Entwicklung im Bundesgebiet gibt, dass genau diese Gruppierung dort auch starken Zulauf erfährt. Und auch schon mit örtlich vorhandenen Rocker-Gruppierungen in Konkurrenz getreten ist. Und es kam auch schon in diesem Bereich natürlich zu den erwarteten Straftaten. Ob Osmanen-Germania oder andere neue Rocker-Gangs, ihre Mitgliederzahlen steigen rapide. Das Bundeskriminalamt warnt bereits vor der Macht der neuen Rocker. Und entstanden, die immer selbstbewusster auftreten. Die neuen fordern die alten Machthaber heraus, die Hells Angels. Kampfansagen, auch über die sozialen Netzwerke. Die Folgen. Eskalierende Gewalt. Schüsse auf offener Straße. Wie gefährlich sind die neuen Rocker-Gangs. Hamburg, St. Pauli. Im Rotlichtviertel werden Millionen verdient. Hier sollen laut Polizei die Rocker des Hells Angels Motorradclubs die Fäden in der Hand haben. Als Kneipiers, Zuhälter, Türsteher. Ihre Reviere gelten seit langem als abgesteckt. Bis vor kurzem. Denn er hat den Hells Angels den Kampf angesagt. Und fast Erfolg gehabt. Erkan Uzun, Chef der Rocker-Gang Mongols. Uzun sorgt über Monate für so viel Unruhe im Milieu, dass die Polizei schließlich eingreifen muss. Sein Feldzug beginnt im Netz. Und dann ballerst du. Auf der Autobahn. Und dann macht wirklich jeder Platz. Muss Platz machen. Am Anfang lächelt die Szene über den 37-jährigen Zuhälter mit dem Hang zur Selbstdarstellung. Aber dann wird es ernst. März 2015. In diesem Sexclub auf St. Pauli wechselt der Betreiber. Und er will den Zuhälter Erkan Uzun loswerden. Sogar ein Kiezverbot soll über ihn verhängt worden sein. Uzun will das nicht hinnehmen. Er macht die Hells Angels für seinen Ausschluss verantwortlich. Der Zuhälter provoziert die Kiezkönige, indem er sich ihren Feinden anschließt, dem Mongols-Motorradclub. Uzun gründet die Hamburger Filiale der Mongols, wird ihr Präsident und plötzlich machen sich die Mongols in der Stadt bemerkbar. Diese Mongols sind ziemlich neu gewesen. So richtig konnte die keiner einschätzen. Die haben sich am Anfang rekrutiert eigentlich aus Kriminellen, also aus Kleinkriminellen, Intensivtätern und Ähnlichem. Und bewusst geworden ist es eigentlich dadurch, dass die Mongols das Internet sehr genutzt haben. Das ist auch ein ganz neues Phänomen gewesen. Wurde von anderen Rockergruppen bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so intensiv genutzt. Und deshalb sind die ja zum Teil auch als Internet-Rocker verschrien, weil... ... vor Gericht. Und klagt dort sein Leid. 34 Kilo habe er in der Haft zugenommen, habe Tattoos im Gesicht, mit denen er sich nicht mehr blicken lassen könne, und sei Opfer unglücklicher Umstände. Dabei sei er doch ein Familienmensch, Vater von mehreren Töchtern. Das Gesamturteil wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Jahre. Usun ficht das Urteil an und der Richter entlässt ihn aus der Haft, mit Auflagen. Gegen die verstößt der Rockerboss umgehend und taucht unter. Er wird in Nürnberg gefasst und nun sitzt er doch wieder in Haft. Die Hamburger Polizei hofft, dass die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Mongols und Hells Angels zu Ende sind. Die Soko-Rocker wird im Frühjahr 2016 personell zurückgefahren. Zu früh? Im Juni 2016 wird er zur Zielscheibe. Ara Shroja, Erkan Usuns ehemaliger Stellvertreter, Vizepräsident der Mongols in Hamburg. Erst vor wenigen Wochen kam er aus der Haft frei. Er wohnt bei seinem Vater. Das weiß offenbar auch der Schütze. Die Freundin von Ara Shroja steht in der offenen Terrassentür. Plötzlich peitschen Schüsse durch die Nacht. Die junge Frau wird aus kurzer Distanz mehrfach in Bauch und Oberkörper getroffen. Sie schwebt in Lebensgefahr. Der Täter schießt auch auf Ara Shroja und trifft ihn in Rücken und Hand. Die Polizei rückt an. Mordermittler und Spurensicherer untersuchen den Tatort. 20 Streifenwagen fahnden in der Umgebung nach dem maskierten Schützen. Vorerst vergeblich. Am Morgen im Haus die Spuren der Tat lassen erahnen, was sich hier vor ein paar Stunden abgespielt hat. Angesichts dieses Gewaltausbruchs will der Vater des Opfers sich künftig selber verteidigen. Wenn Polizei mich nicht schützen kann, ich schütze mich selbst. Ich habe das Recht für mich selbst. Abwehrrecht. Und das werde ich gebrauchen. Und schütze ich mich selbst und meine Familie. Für ihn ist schon klar, wer die Täter sind. Die machen Angst. Die machen Angst, dass die anderen Leute so Angst bekommen von Hell Angels. Hell Angels ist ein Macht. Und die Stadt guckt nur zu und erlaubt das. Ein schwerer Vorwurf. Sieht die Polizei Hamburg wirklich nur zu? Und überlässt den Hells Angels das Regeln der Rocker-Konflikte? Fakt ist, die Gewaltspirale dreht sich wieder. Und die Soko-Rocker-Konflikte... ...und ich brauche keine Kutte, um Mann zu sein. Das war ich vorher, das bin ich jetzt. Und ihr Notenkinder, hört mir genau zu, Alter. Ich mache keine Fremdenverantwortung. Soll ich einer kleinen, verfickten, kleinen Junkie-Fotze von Trant auf die Fresse hauen, weil ihr, ihr Schwanzkutz, Alter, und ihr die Kutte gibt und ihr Sicherheit zusagt, die ihr nicht halten könnt, ihr Notenkinder. Dann futzt man und bleibt es in meinem Leben. Erkan U. Sohn hat den neuen Rockerkrieg in Hamburg vom Zorn gebrochen. Anfang Dezember 2015 reicht es der Polizei. Eine Hamburger Spezialeinheit stürmt seine Wohnung. Zum dritten Mal innerhalb nur eines Jahres. Wie bei den beiden Durchsuchungen zuvor, entdecken die Ermittler Waffen und Rauschgift. Usun ist nur auf Bewährung frei. Doch dieses Mal reicht es dem Gericht für einen Haftbefehl. Er landet in Untersuchungshaft. Er ist ein Bewährungsversager, so nennen es Juristen. Der Rocker-Chef sitzt im Knast. Die nun führungslosen Mongols treffen sich zur Krisensitzung. Wollen sie weitermachen, müssen sie einen neuen Präsidenten küren. Sie versammeln sich in Kutten, in einer Traditionsgastronomie am Hamburger Jungfernstieg. Kevin Schröder wird neuer Chef-Mongol. Der Hamburger ist schon seit seiner Jugend Polizei bekannt und hat einen Hang zum Größenwahn. Auf seiner öffentlichen Facebook-Seite spuckt er große Töne und bezeichnet sich sogar als Europapräsident der Mongols. Damit haben die Hells Angels wohl nicht gerechnet. Die Mongols machen weiter. Für den 27-jährigen Neupräsidenten Kevin Schröder wird es am 28. Dezember 2015 brandgefährlich. Ebenso für seinen ein Jahr älteren Mongol Alexander M. Sowie den gleichaltrigen Hidi K. Ausgerechnet gegenüber einem Großbordell, in dem die Hells Angels agieren sollen, treffen sich die Mongols in einem Restaurant. Plötzlich tauchen Hells Angels vor dem Lokal auf. Das macht Hanebutt frei, unter Auflagen. Er darf Spanien nicht verlassen. Bis Frühjahr 2017 muss klar sein, ob er angeklagt wird oder nicht. Hanebutt entdeckt die sozialen Medien, kommuniziert via Facebook mit seiner Fangemeinde. Bedankt sich für den Zuspruch in der Haftzeit. Ein Fernsehinterview will er nicht geben, antwortet auf unsere Anfrage. Da ich mich im Moment in einer besonderen Situation befinde, werde ich mich zu irgendwelchen Entwicklungen der Motorradszene nicht äußern. Grüße aus Mallorca, Frank Hanebutt. Mitglieder seines ehemaligen Clubs schicken ihm ein Foto. Er nutzt es sofort für seine Seite. Alle Mitglieder in Kutten vor dem Hannoveraner Rathaus. Ein klares Signal. Wir sind noch da. Und tatsächlich, im Juni 2016 gründen sich die Hells Angels in Hannover neu. Drei Jahre nach der Selbstauflösung. Dieses Mal heißen sie Northgate Hannover und fahren in ihren neuen Kutten durchs Steintorviertel. Möglicherweise ein Statement. Kommt Hanebutt zurück nach Hannover, ist der Boden für ihn bereitet. Aber noch sitzt der Rockerboss auf Mallorca fest. Die Insel wird zur Pilgerstätte. Hells Angels aus ganz Deutschland machen ihre Auffahrtung. September 2016. Die spanische Justiz gewährt Hanebutt eine Woche Heimaturlaub. In Hannover bejubeln ihn seine Rocker wie einen Popstar. Über das Internet hält Hanebutt Kontakt zu befreundeten Hells Angels. Etwa zum Präsidenten in Reutlingen, Ingo Dura. Hanebutt war Duras Trauzeuge. 2012 in Baden-Württemberg. Ingo Dura feiert öffentlichkeitswirksam seine opulente Hochzeit. Reutlinger Fans jubeln dem örtlichen Hells Angels Präsidenten zu. Reutlingen! 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 Hells Angels aus aller Welt sind zu Gast. Der Brautführer wird sogar aus dem Mutterland der Hells Angels aus den USA eingeflogen. Doch das junge Eheglück ist nur von kurzer Dauer. Wenig später wird Dura festgenommen. Der Garten verweist und geschlossen, das Hells Angels Clubhouse in Reutlingen. Seit neuestem sitzt auch Duras Stellvertreter, sein Vizepräsident, in Untersuchungshaft. Der Verdacht, er soll mit Drogen gehandelt haben. Die Rocker in Reutlingen sind ohne Führungsebene. Nur das Bordell von Dura macht weiterhin gute Geschäfte. Hier scheint es mit dem Stellvertreter zu funktionieren. Um die Hells Angels Reutlingen hingegen ist es leiser geworden. In der letzten Zeit ist es, was die Hells Angels Reutlingen angeht, auf der Straße ruhiger geworden. Sie treten weniger auf und es gibt auch, wenigstens soweit es mir bekannt ist, keine erheblichen Vorfälle mehr, die im Zusammenhang mit den Angels stehen. Die Angels also auf Tauchstation in Reutlingen. Ruhe herrschte bis vor kurzem auch im hohen Norden, in Schleswig-Holstein. Hier hatte der Rocker Krieg zwischen Hells Angels und Bandidos 2009 begonnen und war ins ganze Bundesgebiet geschwappt. Zwei Jahre mit schweren Gewalttaten, mit vielen Verletzten und auch Toten. Mitglieder von Hells Angels und Bandidos wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Einzelne Ortsvereine der Bandidos und der Hells Angels haben die Behörden aufgelöst und verboten. Also wir haben ja seit 2010 in Schleswig-Holstein drei Gruppierungen verboten und haben durchgehend eigentlich bei diesen Gruppierungen auch festgestellt, dass das Tragen der entsprechenden Insignien unterlassen wurde. Das heißt mit Aussprechen des Vereinsverbotes ist es ja verboten in der Öffentlichkeit, diese Vereinsinsignien weiterhin zur Schau zu stellen. Daran haben sich diese Gruppen gehalten. Die Rocker hielten kurz inne, wichen dann aus und nutzten eine alte Masche. Einfach neue Filialen mit neuen Namen eröffnen. Wie etwa die Bandidos Patborg mit dem Standort Neumünster. Februar 2016. In Kiel, der ehemaligen Hells Angels Hochburg, gründen ihre Feinde, die Bandidos, einen neuen Motorradclub. Stolz präsentieren sie ihre Kutten. Ihre Botschaft, mit uns ist zu rechnen. Danach bleibt es nicht lange friedlich. Im Mai 2016 bricht die Gewalt nach fünf Jahren Ruhe wieder offen aus. In Dägeling bei Itzehoe greifen vier Männer einen Hells Angel an, schlagen ihn auf offener Straße zusammen. Die Polizisten entdecken bei der Durchsuchung des Wagens einen Schlagstock und eine Schusswaffe. Für das Land sein Verein verboten und das Vereinsvermögen beschlagnahmt wird. Ein Trick, der in der Rockerszene oft kopiert wird. Unterdessen sondiert Hanebutt eine Alternative. Auf Mallorca sucht er zwischen Strand und Ballermann neue Geschäftsfelder und knüpft Kontakte. Spanische Behörden ermitteln bereits im Hintergrund gegen ihn und andere Verdächtige, darunter vier Hells Angels. Unter anderem wegen Verdachtes des Menschenhandels und der Förderung von Prostitution. Hanebutt wohnt als Gast in einer Finca auf dem Grundstück eines Freundes. Es sind Ferien. Sein Sohn ist auch gerade da. Dann läuft die Operation Casablanca an, im Juli 2013. Spanische Ermittler, Spezialkräfte und Staatsanwälte stürmen die Villa. Sie suchen Beweise für ihre bisherigen Ermittlungen und für ihre Anklage. Sie krempeln Haus und Garten um. Alle Verdächtigen werden festgenommen, auch Hanebutt. Er landet in Untersuchungshaft, erst auf Mallorca, dann auf dem Festland. Gefangenentourismus, die Behörden wollen so verhindern, dass er im Knast Strukturen aufbauen kann. Bei seiner Festnahme ist er noch optimistisch. Hanebutt bleibt lange in Untersuchungshaft, begeht im Gefängnis seinen 50. Geburtstag. Bei Health Angels Media, der Propaganda-Plattform der deutschen Health Angels im Internet, meldet sich Hanebutts Ex-Schatzmeister Wolfgang Heer zu Wort. Spanien. Seit 24 Monaten wird dort der Health Angel Frank Hanebutt dort in Untersuchungshaft gefangen gehalten. Unter Haftbedingungen, die sonst nur bei Terrorverdacht verhängt werden. Der Untersuchungsbericht des zuständigen Richters gibt beweismäßig so wenig her, dass die Staatsanwaltschaft Nachbesserung verlangt hat. Aus diesem Grund liegt bisher auch keine Anklageschrift vor. Im Juli 2015 kommt Hanebutt frei, unter Auflagen. Er darf Spanien nicht verlassen. Bis Frühjahr 2017 muss klar sein, ob er angeklagt wird oder nicht. Hanebutt entdeckt die sozialen Medien, kommuniziert via Facebook mit seiner Fangemeinde. Bedankt sich für den Zuspruch in der Haftzeit. Ein Fernsehinterview will er nicht geben, antwortet auf unsere Anfrage. Da ich mich im Moment in einer besonderen Situation befinde, werde ich mich zu irgendwelchen Entwicklungen der Motorradszene nicht äußern. Grüße aus Mallorca, Frank Hanebutt. Wir stellen aber auch fest, dass in der Tat diese Support-Tätigkeit wechseln kann. Dass Gruppen, die vormals eher dem Hells Angels MC zugeneigt waren, unter Umständen sich umorientieren. Tatsächlich, diese Unbeständigkeit in der Szene, die gab es sicherlich vor 20 Jahren nicht. Das kann man sagen. Tätowieren lassen würde ich mich heute nicht mehr als Rocker. Norderstedt bei Hamburg. Trotz Konkurrenz durch neue Rocker behaupten sich die Hells Angels wie eh und je. Die Angels Rockbar und der Hells Angels MC North End. In der Rockbar wird fröhlich gefeiert und Umsatz gemacht. Das Internet nutzen die Angels für ihre Geschäfte. Möglichst viele Kunden will der Club erreichen, versucht die Marke zum Kult zu erheben. Support 81, die Zahlen stehen für den achten und den ersten Buchstaben im Alphabet. HA, Hells Angels eben. Aber der Präsident soll nicht nur mit legalen Geschäften Umsatz machen, sondern auch Handel mit Drogen treiben. Deswegen verhaftet die Polizei den 51-jährigen Präsidenten des MC North End im Februar 2016. Der Vorwurf, er hat einem Hells Angel aus Österreich Kokain beschafft. 2,5 Kilo. Tatsächlich gab es ein gemeinsam mit der Polizei in Hamburg geführtes Ermittlungsverfahren gegen Angehörige der Hells Angels MC. Generell können Sie aber an diesem Beispielsachverhalt gut ableiten, dass kriminelles Handeln von Rockergruppierungen vernetzt ist, dass es sich nicht ganz regional immer bezieht, sondern insbesondere, wenn wir in Deliktsbereiche wie den Rauschgifthandel gehen, dass es Bezüge immer gibt in anderen Bundesländern, aber auch darüber hinaus ins europäische Ausland. Der Hells Angels Präsident wartet auf sein Verfahren. Sein 68-jähriger Kunde ist schon zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Prozesse auch in Hamburg. Der ehemalige Mongols Präsident Erkan Usun steht vor Gericht und klagt dort sein Leid. 34 Kilo habe er in der Haft zugenommen, habe Tattoos im Gesicht, mit denen er sich nicht mehr blicken lassen könne und sei Opfer unglücklicher Umstände. Dabei sei er doch ein Familienmensch, Vater von mehreren Töchtern. Das Gesamturteil wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, 3 Jahre. Usun ficht das Urteil an und der Richter entlässt ihn aus der Haft, mit Auflagen. Gegen die verstößt der Rockerboss umgehend und taucht unter. Er wird in Nürnberg gefasst und nun hurra feiert öffentlichkeitswirksam seine opulente Hochzeit. Reutlinger Fans jubeln dem örtlichen Hells Angels Präsidenten zu. Hells Angels aus aller Welt sind zu Gast. Der Brautführer wird sogar aus dem Mutterland der Hells Angels aus den USA eingeflogen. Doch das junge Eheglück ist nur von kurzer Dauer. Wenig später wird Dora festgenommen. Der Gastwirt dieser Reutlinger Kneipe hat ihn angezeigt. Was war passiert? Ara Hauck, ein Musiker und der Gastwirt geraten aneinander. Bei der Prügelei wird Hauck schwer verletzt. Er schaltet seinen Freund, den House Angels Boss Ingo Dora ein, anstatt zur Polizei zu gehen. Dora stürmt mit seinen Rockern die Kneipe, bedroht den Gastwirt. Doch der geht zur Polizei. Eine Anzeige gegen Hells Angels ist eine absolute Seltenheit. Oberstaatsanwalt Henn ermittelt die Vorwürfe gegen Dora. Er hatte einen Hammer in der Hand und forderte von ihm 10.000 Euro in Bar. Er forderte weiter von ihm, dass er seine Gaststätte für Merchandising der Angels zur Verfügung stellt. Und wollte schließlich noch, dass er ein Fest zugunsten des Musikers ausrichtete. All dies unter der Drohung, die Herr Dora selber aussprach. Und auch damit drohte, dass er zuschlagen werde mit dem mitgeführten Hammer. Und dazu hinaus ist Herr Dora auch in der Lage durch seine Person und Persönlichkeit. Nach seiner Aussage muss der Gastwirt um sein Leben fürchten, landet im Zeugenschutzprogramm. Er sagt vor Gericht gegen Dora und dessen Hells Angels aus. Das Urteil im Februar 2014. Ingo Dora muss für vier Jahre ins Gefängnis. Wie üblich bei den Hells Angels wird der Rechtsstaat attackiert. Die Reutlinger Rocker protestieren gegen das Urteil. Auf dem Marktplatz mitten in der Altstadt. Sie filmen ihre Kundgebung für das Internet. Der von ihnen beauftragte Anwalt bezichtigt, Gericht und Staatsanwalt im Fall Dora manipuliert und getrickst zu haben. Das, was hier passiert ist, geht überhaupt nicht. Wir haben hier jemanden unschuldig im Gefängnis sitzen. Und unser lieber Staat und ein Staatsanwalt hier... Und erlaubt das. Ein schwerer Vorwurf. Sieht die Polizei Hamburg wirklich nur zu? Und überlässt den Hells Angels das Regeln der Rocker-Konflikte? Fakt ist, die Gewaltspirale dreht sich wieder. Und die Soko-Rocker ist personell nicht wieder aufgerüstet worden. Trotzdem alles im Griff, versichert die Polizei. Also vom Grundsatz her ist es der Polizei egal, aus welchen Bereichen die Täter kommen. Da machen wir überhaupt keine Unterschiede und da wird auch akribisch gearbeitet. Natürlich auch in diesem Fall. Es ist deshalb schwierig, in den Ermittlungen voranzukommen, weil wir wenig Zeugen haben, die dort uns kooperativ zur Seite stehen. Das heißt also, wir müssen über die Kriminartechnik gehen, wir müssen dort die Sachbeweise zusammensammeln. Das dauert, das dauert etwas länger. Aber die Soko-Rocker ist da dran. Und wir sind auch zuversichtlich, dass wir diesen Sachverhalt aufklären können. Der Täter ist noch nicht gefunden. Die Polizei muss das Opfer Arashruja im August 2016 festnehmen. Er soll eine Frau mit seiner Pistole bedroht haben. Fazit, die Mongols haben versucht, an der Macht der Hells Angels in Hamburg zu kratzen und sind gescheitert. Sie befinden sich in Auflösung. Mittlerweile ist auch der letzte Präsident, Kevin Schröder, in Haft. Einige der ehemaligen Mongols suchen sich jetzt einen neuen Club, die Osmanen Germania. Marzialisch, so präsentieren sich die Osmanen Germania im Internet. Sie ziehen vor allem türkischstämmige Männer an. Eine ethnisch ausgerichtete Gang. Ein neuer Trend in der Rocker-Szene. Ja, 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 ja. Ihr Wahlspruch, Kana Kahn, Blut für Blut. Erst im Mai 2015 gegründet, haben sie bundesweit schon 40 Ortsvereine eröffnet. Viele Mitglieder kommen aus der Türsteher-Szene. Gründer und Präsident der Osmanen Germania Norddeutschland ist Muslim Chawas. Er nennt sich The Shark, der Hai. Der Immobiliengutachter aus Hamburg teilt sich über öffentliche Seiten im Internet mit. Ein Präsident ohne Kutte. Ein Boxclub wollen die Osmanen Germania sein. Und keine Rocker, versucht der Präsident zu beschwichtigen. Dennoch, sie haben dieselben Strukturen und die Kutten sind denen der... Der Rocker-Chef sitzt im Knast. Die nun führungslosen Mongols treffen sich zur Krisensitzung. Wollen sie weitermachen, müssen sie einen neuen Präsidenten küren. Sie versammeln sich in Kutten, in einer Traditionsgastronomie am Hamburger Jungfernstieg. Kevin Schröder wird neuer Chef-Mongol. Der Hamburger ist schon seit seiner Jugend Polizei bekannt und hat einen Hang zum Größenwahn. Auf seiner öffentlichen Facebook-Seite spuckt er große Töne und bezeichnet sich sogar als Europapräsident der Mongols. Damit haben die Hells Angels wohl nicht gerechnet. Die Mongols machen weiter. Für den 27-jährigen Neupräsidenten Kevin Schröder wird es am 28. Dezember 2015 brandgefährlich. Ebenso für seinen ein Jahr älteren Mongol Alexander M. Sowie den gleichaltrigen Hidi K. Ausgerechnet gegenüber einem Großbordell, in dem die Hells Angels agieren sollen, treffen sich die Mongols in einem Restaurant. Plötzlich tauchen Hells Angels vor dem Lokal auf. Das macht den Mongols Angst. Drei der Mongols rennen über die Reeperbahn auf ein Taxi zu. Es fallen Schüsse. Das bekommt auch der Bruder des Taxifahrers mit. Er hat mir erzählt, dass er dort an der Ampel stand. Und dass die drei Jungs, angeblich Bullige, ihn angelaufen haben. Und er hat wohl gedacht, das sind Fahrgäste. Und dann zieht er auf einmal die Kanone aus der Tasche, hält ihm das Ding an den Kopf und verlangt, dass er losfahren soll. Daraufhin hat er den Schlüssel rausgezogen und hat sich aus dem Auto herausgeschmissen, sozusagen. Die Verfolger erreichen das stehende Taxi und geben mindestens sieben Schüsse ab. Die rechte Seite ist durchlöchert. Alexander M. und Hidi K. sind leicht verletzt. Präsident Kevin Schröder bleibt unversehrt. Offenbar war ein geübter Schütze am Werk. Noch während die Mordkommission die Spuren sichert, verfolgen Polizisten Tatverdächtige. Einen Kilometer weiter entdecken sie die Tatwaffe in einer Hecke. Den Schützen aber finden sie nicht. Fakt ist aber, dass wir im Rahmen der Sofortfahndung an dem Abend noch fast das komplette Chapter von dem Hells Angels Chapter Southport dort angetroffen haben. Also es spricht vieles dafür, dass das dann auch tatsächlich aus diesem...